Mit dem neuen Carrera GTS schließt Porsche die Lücke zwischen 911 Carrera S und dem 911 GT3. Mit 408 PS hat der GTS 23 PS mehr als der kleinere S und 27 PS weniger als der GT3. Der neue wird als Coupé und als Cabrio erhältlich sein. Seine Premiere wird er auf dem Pariser Autosalon im Oktober feiern. Der Preis des GTS Coupés in Deutschland? 104.935 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017